Hallo! Ja, wir sind im 22. Teil der Gante für Zerstörung und er benutzt ja Daten, von denen er glaubt, die sind richtig. Ja, die NASA oder genauer gesagt die NOAA-Daten. NOAA ist die Wetterbehörde in den USA und die NASA benutzt, soweit ich das verstanden habe, denen ihre Daten. So, jetzt hat ein Meteorologe Vorwürfe erhoben und zwar gegen dieses Netzwerk, das soll mit sogenannten Zombie-Stationen arbeiten. Das sind die Roten hier. Ja, ich zoome mal raus und der hat die USA untersucht und man sieht hier, ja, ganz viele Stationen, die Roten, die sind Zombie-Stationen. Was ist überhaupt ein Zombie? Also, den kennt ihr ja aus den Zombie-Filmen, ne? Ein Zombie, das ist einer, der ist tot, aber der bewegt sich noch, ne? Der spricht auch manchmal so, äh, 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 ja, aber er ist eben eigentlich schon tot. Ein Zombie, ne? Kennt ihr Zombie-Filme, so mit Messer und so, ja? Gut, und was ist jetzt eine Zombie-Station? Ja, eine Zombie-Station, die ist genauso wie so ein Zombie-Mensch, ne? Die Zombie-Station, die ist schon stillgelegt, also praktisch tot, ja, aber die sendet immer noch Messdaten, ja, was ja eigentlich nicht gehen kann, ja? So, und das wollen wir jetzt mal untersuchen, diesen Vorwurf und, äh, da hat eine Frau das nicht geglaubt und hat das selber untersucht und die hat gesagt, hier in Texas, da haben wir ganz viele Zombie-Stationen, ja? Ja, die roten, hier auch, da, da, ja? Und dann, äh, ist sie da hingefahren, hat sie gesagt und da war wirklich nichts, ne? Die wurden, die waren schon stillgelegt, ja? Und da gucken wir mal, wie das funktionieren könnte und dazu habe ich erstmal eine Station genommen, die ist keine Zombie-Station, die grüne hier, ja? Ja, die gucken wir uns jetzt mal an bei der US-Wetterbehörde, also bei den NASA-Daten, ja, wir sind jetzt bei den NASA-Daten und, äh, betrachtet erstmal hier die gelbe Linie, nicht die graue und die gelbe Linie, ja, da würde ich sagen, die Temperaturen, die kühlen sich immer weiter ab, ne? Ja, also so von 1920, da ist es, äh, immer kälter geworden, ja? Hier ist es nochmal warm am Ende, ja? Ja, aber man kann sagen, da haben wir eine Abkühlung, ja? Und jetzt machen wir Folgendes, das sind ja die nicht justierten Daten, die werden jetzt erstmal homogenisiert, ne? Da klicken wir hier drauf auf homogenisiert, dann werden die angezeigt und da sehen wir, jetzt haben wir einen schönen Klimawandel gebaut, ja? Also, wir haben einen Klimawandel in Luling durch Homogenisierung, ja? Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Karte und gucken uns an, was man jetzt mit diesen Klimawandel-Daten mit den homogenisierten machen kann. Ja, wir sind jetzt wieder in der Zombie-Karte und die Station, die wir gerade homogenisiert haben, also aus fallenden Temperaturen haben wir steigende Temperaturen gemacht, ne? Eine richtig gute Station für die Klimaforscher und deshalb ist die hier auch grün, hier ist sie wieder, ne? Das ist, äh, Luling, ja? Das, was wir gerade homogenisiert haben, das Grüne hier. Ja, und jetzt machen wir Folgendes, wir nehmen die roten Stationen und machen die zu Zombie-Stationen. Das heißt, wir machen die zu, ne? Bauen die Messgeräte ab, ja? Da kann man ja sagen, wir haben kein Personal oder keine neuen Messstationen, ja? Ist zwar ein bisschen komisch, also die geben Billionen für den Klimawandel aus, aber die haben kein Geld für Messstationen. Ja, aber kann man ja sagen, ne? Wir erzählen den Leuten, wir haben kein Geld und machen diese vier Stationen zu. Dann sind die erstmal tot, ja? Aber die sind nicht ganz tot, weil wir machen die zu Zombie-Stationen. Wir sagen einfach, dass die immer noch Daten senden, ja? Und die nennt man dann eine Schätzung. Ja, da macht man ein E hinter in den Dateien. E steht für estimated, also für Schätzung. Ne? Da kann man Folgendes sagen, also bevor wir die Station zugemacht haben, ja? Da hatte zum Beispiel hier diese rote Station den gleichen Trend, aber die war immer, sag ich mal, 0,1 Grad höher oder tiefer. Ja? Und dann sagen wir einfach, das bleibt ja wahrscheinlich bestehen, dann tun wir so, als würde diese Station noch senden, aber versetzen immer die Daten um 0,1 nach oben oder unten. Das macht ja nichts, ne? Es geht ja nur um den Trend. Um den Trend geht es. Ja? So, und dadurch habe ich jetzt in 1, 2, 3, 4 Zombie-Stationen die gleiche Temperatur wie in der homogenisierten Station, bei der ich ja einen Klimawandel gemacht habe, ne? Durch Homogenisierung. Aus fallenden Temperaturen mache ich steigende Temperaturen. Ja? Also, ich fasse den Trick nochmal zusammen. Erstmal ändere ich eine Station. Ja? Und dann mache ich die anderen Stationen, die gute Daten haben, in der Umgebung, die ich also noch nicht homogenisiert habe, die mache ich zu Zombie-Stationen. Das heißt, ich lege die still, aber tue so, als würden die immer noch Daten senden. Ja? Und dann habe ich plötzlich 1, 2, 3, 4, 5 Stationen, die alle einen Klimawandel anzeigen. Ja, jetzt werdet ihr vielleicht sagen, also das mit den Zombie-Stationen ist doch viel zu umständlich. Wenn die wirklich fälschen wollen, dann können sie doch einfach alle 5 Stationen, also die Daten von den 5 Stationen homogenisieren. Ja? Warum homogenisiere ich nur eine Station und mache dann den Trick mit den Zombie-Stationen? Ja, ganz einfach. Das würde ja auffallen. Das würde doch auffallen, wenn alle Stationen homogenisiert sind. Ja? Das ist sogar manchmal so, dass sie extra in die andere Richtung homogenisieren, um ein Alibi zu haben. Ja? Das ist sehr mathematisch sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Ja? Also, das kann ich umgehen, dass die Leute das merken, indem ich nur wenige Stationen homogenisiere. Ja? Und dann einen Trick anwende mit den Zombie-Stationen. Ja? Das kriege ich also nur hin, indem ich zwei Tricks mache. Homogenisieren und Zombie-Stationen. Sonst funktioniert das nicht, sonst wäre das schon längst aufgeflogen. Ja? Gut, die Homogenisierung ist auch schon vor aufgeflogen, aber wie gesagt, nur die Kombination von Homogenisierung und Zombie-Stationen, die bringt wirklich etwas. Na? Das ist der Durchbruch. Gut, ich fasse mal zusammen. Wir haben also zwei Tricks und das Raffinierte ist, dass jeder Trick für sich total unverdächtig ist. Na? Wenn ich, wenn ich Stationen stilllege, das ist total unverdächtig. Ja? Weil ich habe ja noch genug andere Stationen in den USA. Ja? Also der erste Trick ist unverdächtig. Der zweite Trick, die Homogenisierung, ist auch unverdächtig. Na? Denn ich homogenisiere ja nur ein paar Stationen, sage ich mal, in den ganzen USA 20 Stationen. Ja? Und dann nehme ich sogar, sage ich mal, drei Stationen, die homogenisiere ich in die andere Richtung. Ja? Dann fällt das gar nicht auf. Na? Also ich habe zwei Tricks und jeder der beiden Tricks ist total unverdächtig. Ja? Aber wenn ich jetzt beide Tricks zusammen anwende, dann habe ich eine richtig starke Änderung. Ja? Und das ist das Raffinierte. Ja gut, aber in der Mathematik kennt man das unter dem Begriff Fehlerfortpflanzung. Ja? Da macht man also einen Fehler, der sich fortpflanzt. Ja? Und dadurch wird der Fehler immer größer. Ja? Ist also eine bekannte Sache, aber ich sage mal, der Laie versteht das nicht. Weil wer arbeitet sonst in der mathematischen Statistik und kennt das Prinzip der Fehlerfortpflanzung? Ja? Das kennen eigentlich nur Statistiker und Leute, die als Ingenieur arbeiten in der Qualitätskontrolle und so weiter, die kennen das natürlich, ne? Aber das sind ja, sage ich mal, so 0,01 Prozent der Bevölkerung und die anderen, die lesen eben Bild-Zeitung, ne? Oder gucken ARD und ZDF, ja? Und müssen sich darauf verlassen, was die denen erzählen. Gut, der Mann, der gute Mann hat das jetzt nur untersucht für die USA. Ja? Aber ich denke mal, die anderen Stationen auf der Welt sind auch homogenisiert. Zum Beispiel überprüfe ich schon seit zwei Tagen eine Station in Russland, in Sibirien. Da soll ja der Klimawandel am schlimmsten zugeschlagen haben. Ja? Und dann habe ich die Station gesucht mit Google Maps. Und die liegt also im Meer. Ne? 100 Meter vom Strand weg. Ja? Da überlege ich jetzt, ob die vielleicht auch U-Boote einsetzen, um die Lufttemperaturen zu messen. Ne? Oder die haben eine ganze Station unter Wasser gebaut. Das kann natürlich auch sein. Gut, aber falls ich da etwas rausfinde, dann melde ich mich nochmal, ne? Da mache ich ein Video drüber. Äh, so. Aber am Ende noch ein rechtlicher Hinweis. Ne? Ihr wisst ja, während der Corona-Krise, da sind einige Professoren verklagt worden. Äh, da sind einige verklagt worden. Und, äh, ihr wisst ja, das soll ja jetzt unter Strafe gestellt werden, ne? Ne? Verbreitung von Verschwörungstheorien. Ja? Ich verbreite ja keine Verschwörungstheorien. Das war ja eine Satire. Ne? Ich habe ja ein Satire-Projekt, wo ich mich über Verschwörungstheoretiker lustig mache, ne? Ne? So Leute, die an Zombiestationen glauben, ne? Ja, das sind ja alles nur dumme Leute, ne? Aber auf jeden Fall gebe ich die Links in der Videobeschreibung an. Hier sind wir am Ende. Auf Wiedersehen. Und, äh, ihr wisst ja alles nur dumme Leute, ne? Und, äh, ihr wisst ja alles nur dumme Leute, ne? Und, äh, ihr wisst ja alles nur dumme Leute, ne? Und, äh, ihr wisst ja alles nur dumme Leute. Und, äh, ihr wisst ja alles nur dumme Leute, ne? Vielen Dank.